Die Bälle, die gespielt worden sind, zum Beispiel Anthony Hamilton in seinem Match gegen Marco Fu. Da brauchte er enormes Effekt, enorme Wirkung für diesen Bogenball, musste unbedingt Gelb treffen und traf Gelb. Und machte damit den Frame. Stephen Henry sieht da eine Kombination auf die Mädeltasche. Auch da. Du hast da auch einen Stephen-Tď. Aber ich habe hier gedreaan. Sie sehen irgendwie habt ihr ja auch MitternutSean Blatt at deinem wirklich sehr fast Olha der Feszig. Auch da ist wirklichakterische Kräfte für diesen Bogenball platziert. Aber wie es das hier genau passiert, sieht ich aus heroicem dem Callum Mann ab. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020